Wir lassen Sie nicht vor geschlossener Türe stehen. Hallo, ich bin Ihre Monika Schweiger. Herzlich willkommen hier bei uns in der Galerie Zehnerhaus. Wir sind für Sie da, um Ihre Welt schöner zu machen. Jetzt ist die richtige Zeit, um Tiere in Ihrem Garten anzusiedeln. Wie zum Beispiel diesen spaßigen Frosch. Unsere Katzen suchen ein liebevolles Zuhause. Diese beiden Kerle vertragen sich sicher mit ihrem Hund. Auch ein Igel gehört in jeden Garten. Schildkröten sind sehr unkompliziert in der Haltung. Diese leuchten sogar auch noch. Und Schnecken versorgen sich von selbst. Schafe helfen ihnen bei der Gartenarbeit. Und dieses Vogelpärchen freut sich wie ein schönes Zuhause. Apropos Vögel, unsere Eulen-Kollektion wird Sie begeistern. Wir sind für Sie da, um gemeinsam mit Ihnen ein schönes Weihnachtsfest zu gestalten. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie sehr gerne. Über WhatsApp können Sie uns auch ein Geschäft besuchen. Vereinbaren Sie einen Termin. Und auch unser Online-Shop ist rund um die Uhr für Sie geöffnet. Abwohnung, Zustellung oder Versand, Ihre Bestellung kommt besonders schnell zu Ihnen nach Hause. Wir freuen uns von Ihnen zu hören. Bleiben Sie gesund und besuchen Sie uns, sobald es wieder möglich ist.